Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Klasse, dass ihr wieder da reingeklickt habt. Alle Wintersportfreunde dürfen aufatmen. Diese Schneearmut in den Skigebieten, die wir doch erleben mussten, über den Jahreswechsel hat ihr jedes Ende. Und in den nächsten Tagen kommt auch noch ein wenig Schnee hinzu. Aber die Lavinengefahr, sie wird auch zunehmen. Und da schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Doch ganz aktuell haben wir es mit sehr beschaulich ruhigem Winterwetter zu tun, dank dieser Hochdruckgebiete, die noch wetterbestimmt sind am heutigen Mittwoch. Das heißt, der Himmel wird zum Teil leicht bewölkt bis stark bedeckt ausfallen. Darüber hinaus gibt es einen sehr freundlichen Abschnitt im Nordwesten. Ja, und da wird die Sonne auch direkt von Tagesbeginn an dominieren können. Die Tageshöchstwerte liegen dann heute zwischen 0 und 6 Grad. In der kommenden Nacht, da bleibt der Himmel dann weiter ordentlich Wolken verhangen. Nur vom Nordwesten kommen zu diesen Wolken auch noch Niederschläge in Form von Regen, Schneeregen und vielleicht sogar Eisregen. Das werden wir für euch weiterhin im Laufe des Tages beobachten. Und ihr kriegt dann heute Abend dann nochmal ein Update von mir. Werfen wir einen Blick auf die Temperaturen. Die liegen dann in der kommenden Nacht zwischen 1 Grad im Plusbereich und minus 5 Grad. Hier jetzt der Blick auf den Donnerstag. Das ist diese Kaltfront, die uns wie gesagt das Leben wirklich erschweren wird. Denn diese Kaltfront bringt Niederschläge mit. Und die bedeuten, dass tatsächlich die Straßen recht glatt ausfallen können. Und das wiederum führt zu Behinderungen, vor allen Dingen im Berufsverkehr. Also plant morgen tatsächlich im Nordwesten, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, ein wenig mehr Wegezeit zur Arbeit ein. Werfen wir einen Blick auf die andere Bewölkung. Im Laufe des Tages zieht die Front von Nordwesten Richtung Südosten. Abseits dieser Front bleibt es stark bewölkt, aber trocken. Das Ganze dann bei Tageshöchstwerten von minus 1 bis plus 7 Grad. Ja, Schneefall gibt es dann in den Mittelgebirgen und im Südosten am Freitag. In den anderen Landesteilen bleibt es überwiegend trocken. Es gibt ein paar wenige aufgelockerte Abschnitte. Ja, und das Ganze dann bei Tageshöchstwerten von minus 1 bis plus 4 Grad. Ja, und dann kommt Regen zu uns vom Norden und Schneeregen. Im Südosten am Samstag ein paar Schneeschauer, ansonsten bleibt es trocken. Dort, wo der Schnee liegen geblieben ist, in den Mittelgebirgen, in den höheren Lagen, können wir am Wochenende wirklich tatsächlich nochmal den Rodel auspacken. Ja, und das Ganze dann bei Tageshöchstwerten von minus 2 bis plus 3 Grad. Ja, und jetzt schauen wir uns einmal die Ensemble-Vorhersage für Obertsdorf an. Ja, und da machen wir ganz interessant, das ist hier die 1500 Meter Karte. Das sind die Temperaturen und die sind winterlich frostig. Und es gibt dazu Niederschlagsignale. Das heißt, ab dem 30. Januar, ja, da wird der Schnee fallen in Obertsdorf. Also, da kommt nochmal eine Schippe Schnee ordentlich drauf. Allerdings, die Lawinengefahr ist jetzt aktuell schon nicht zu verachten. Wir haben, ja, Lawinengefahr 3 und 4. Das heißt, aufpassen bitte, absolut nicht abseits der Pisten bewegen. Die Lawinengefahr ist aktuell gegeben. Und wir hatten ja in der Presse einige Berichte über Lawinenabgänge bereits in den vergangenen Wochen. Seid vorsichtig, wenn ihr in den Alpen unterwegs seid. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Wenn euch das aktuelle Video gefallen hat, dann vergesst doch nicht zu liken. Und dann sage ich bis hoffentlich ganz, ganz weit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.